Wir waren aus dem Sennstatt, ist auch so. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich schon, wir haben so einen Audi-Arten, ja, eine schwere Nummer. Bitte ums Loppel, suche Traumato, noch ein 875-10. Ich hab ja ja sehr lange, aber er ist nie, ich habe ja nicht. Die Küche sind in den 7 Tagen eine große, die sie in der Oase cute sind, ist der Existenz, er ist folgt. Die Küche sind in der Existenz, der sich in der Existenz, der sich in der Existenz auslöst hat. Ich habe das, was ich hoffe an euch. Ich habe es einen Schiff von der 615-10. Also, es ist ein Schiff von der 615-10. Böden die Züggelbahnner, die die Auslösungen wieder festhalten wurden. Ja, das war ein Männer und eine Frau, da weiß man ja, wer die Zepte in der Hand hat. Die Frau, aber auch wenn es ein Tier ist, ja. Ich muss sich mal überlegen, wie kann man sowas alleine halten? Was sind jetzt die Mädchen? Jetzt aber schnell. Das Verrückte hier. Das ist eine kleine Verrückte auf mir und dann muss man hin kommen. Das ist eine kleine Verrückte. Das ist egal, ich nehme alles in. Die weiß immer nicht, dass sie nicht ganz ist. Ne. Wobei die auch sehr, sehr entspannt ist, also wenn man sich voll in der Schule schlafen. Und total verklebt. Voller Futter. Ja. Die greift ja gleich an, oder? Ja. Manchmal ist das vorher nicht spannend. Ich glaube, das ist eine kleine Verrückte. Ich glaube, das ist eine kleine Verrückte. Ich glaube, das ist eine kleine Verrückte. Ich bin kurz zum Spruch. Hey. Genau. Und jetzt ist es ja mal folgendes. Dass Sie sich mal hier hinziehen. Und es ist wirklich aufsteigend. Also wirklich komplett rausbeut. Und Ihre Aufgabe ist es, im Garten relativ dynamisch nur herzuschützen, ohne mit mir zu wehen. Ja, okay, auf jeden Fall.